Guten Tag. Heute komme ich mit den Farben. Schön, dass du da bist. Hallo. Heute habe ich ein Jeckli an mit Kapuze. So wie ein Zwergli oder ein Feeli oder ein Nümpfeli. Liebe Kinder, schaut so viele schöne Farben. Manchmal habe ich Lust auf Gelb oder Rot oder Grün oder Blau. Ich bin sicher, dass ihr wisst, worum ich spreche. Gelb, Rot und Blau. Mit diesen drei Farben sagt man Grundfarben. Mit diesen drei Farben kann man alle anderen Farben auch mischen. Es gibt dann noch Weiss und Schwarz. Jetzt, wenn man Blau und Rot mischt, gibt es Violett. Wenn man Rot und Gelb mischt, gibt es Orange. Wenn man Gelb und Blau mischt, gibt es, wer weiss es? Ich weiss, dass ihr schon etwas gehört habt. Dann gibt es Grün. Ja, vielleicht habt ihr Lust zu malen, liebe Kinder. Vielleicht habt ihr Lust, vielleicht habt ihr ein bisschen zu Hause, wo ihr die Farben mischen könnt. Und sonst, wer weiss, vielleicht treffen wir uns ja demnach und dann können wir es zusammen probieren. Gut. Jetzt, das Lied, das wir jetzt zusammen lernen, ist von den Farben, handelt sich von den Farben. Liebe Kinder, die Sonne strahlt. Und genau mit der Sonne fangen wir an. Am Tag strahlt die Sonne und beleuchtet alles und macht alles so schön klar und sonnig. In der Nacht ist der Mondhose da. Und der Mondhose reflektiert das Licht der Sonne. Sind ihr bereit? Ich hab die Farbe gelb und strahle auf die Welt. Bei mir schmilzt jedes Eis. Den Sommer mach ich heiß. Siehst du's? Die Sonne! Rot und Gelb, Blau und Grün. Alle Farben finde ich schön. Grün und Blau, Rot und Gelb. Viele Farben hat die Welt. Jetzt auch ins Zimmer. Ich hab die Farbe gelb und strahle auf die Welt. Bei mir schmilzt jedes Eis. Den Sommer mach ich heiß. Siehst du's? Die Sonne! Rot und Gelb, Blau und Grün. Alle Farben finde ich schön. Grün und Blau, Rot und Gelb. Viele Farben hat die Welt. So four einen Messern! Du siehst die Farben zum Menü sind und你想 sie. Was die Farbe ARE cool? Ich hab alle sammeldet unter Martini. Bei uns... Super babini. Nummer kaputt. Schau, was deine Geschwister für Farben an den Kleidern haben. Oder vielleicht gehst du nochmal mit Mama, Papa und Geschwistern in den Wald. Schau, was für schöne, viele, viele verschiedene Farben uns die Welt schenkt. Ich wünsche dir eine farbenfreue Zeit. Tschüss, bis bald!